Helena Boxspringbett der Firma Aukona empfehlen. Dieses wird ebenfalls in Deutschland produziert und genügt den höchsten Qualität und Komfortansprüchen. Die größten Unterschiede zum Bett von Jumbo sind die Auswahlmöglichkeiten. Bei den Größen ist dieses Bett auch schon für Einzelpersonen mit Maßen von 90 cm x 2 m verfügbar und bis maximal 1,80 m x 2 m, was etwas kleiner ist als die größte Maße des Jumbo-Bettes. Dafür haben wir hier weitaus mehr Möglichkeiten bei der individuellen Gestaltung des Betts. Man kann hier zwischen drei Stoffarten, groben Stoff, Webstoff und Kunstleder und auch zwischen unzähligen verschiedenen Farben auswählen. Insgesamt 70 verschiedene stehen bei Aukona zur Auswahl. Und auch für sonstige Personalisierungswünsche ist der Hersteller grundsätzlich immer offen. Bei der Matratze kann man zwischen drei verschiedenen Härtegraden wählen. Abgesehen davon handelt es sich auch hier um die 7-Zonen-Taschenfederkernmatratze, welche mit zusätzlichen 7 cm hohem Topper geliefert wird. Komfort auf höchstem Niveau, welcher allerdings nicht ganz an die Bequemlichkeit der Jumbo King Deluxe Matratze rankommt. Diese ist insgesamt sogar nochmal 6 cm breiter. Besonders ist beim Helena Boxspringbett aber vor allem auch der Aufbauservice, der im Kaufpreis des Bettes schon inkludiert ist. Damit können wir das Boxspringbett von Aukona auch vor allem für Leute empfehlen, die mit dem eigenen Aufbau eines so großen Bettes Probleme hätten. Auch durch den starken Service des Herstellers wurde dieses Boxspringbett ebenfalls mit 4,8 von 5 Sternen bei Amazon bewertet. Dabei hat das Bett sogar insgesamt 87% 5-Sterne-Bewertungen erhalten, was der absolute Topwert von allen Boxspringbetten ist, die wir uns für diesen Vergleichstest angeschaut haben. Mehr Infos findet ihr unter dem zweiten Link in der Videobeschreibung.